Ja und Dyson zeigt hier an der Fifth Avenue mit seinem Flagship Store, was man wunderbar mit seinen Teilen alles machen kann. Sehr emotional gemacht und ohne viel digitalen Kram. Hier kann man dann direkt auch alles ausprobieren, die Habe waschen und zugleich dann hier föhnen und regeln. Diese verschiedene Arten von Schmutz, ob Konfetti oder Steine und alles mögliche, kann man dann hier auf den Teppich schütten und dann direkt mit dem Dyson abwarten. Untertitelung des ZDF, 2020